Was ist die Waffe? Ja, Thomas, wir alten Recken sozusagen können jetzt zurückblicken auf den Beginn des Wassersports hier in Porto Piense, wo es mich mal 1970 per Zufall eigentlich hinverschlagen hat. Ich kam nachts an, mache morgens das kleine Hotelfensterchen auf und sehe die Bucht vor mir. Ein Traum. So ein Segelrevier hatte ich bis dahin noch gar nicht gesehen. Dann traf ich im Hafen den Uli Hübner. Das war der Pionier schlechthin. Und er sollte für Neckarmann und Reisen ein Exklusivprogramm hier aufbauen. Ein Revier, wo der Wind stimmt, wo die Sonne stimmt und das Wasser und drumherum die traumhafte Landschaft. Also mehr kann man nicht mehr wünschen. Und dann wurde ich auch gleich engagiert, weil ich hatte schon eine Segelerausbildung im Jahr vorher gemacht. Und da gab es kein Entkommen mehr. Da wurde ich hier festgehalten. Und das war mein Ding, kann man eigentlich sagen. Und wie ist es dir passiert? Wie bist du in den Wassersport gekommen? Naja, in den Wassersport insgesamt rein als kleiner Knirps. Angefangen mit Segeln. Dann kam das Windsurfen dazu. Das wurde ja da, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, das wurde zu der Zeit neu erfunden. Dann kam das neu nach Europa. Und wir hatten dann das erste Surfbrett am See. Und dann war ich jahrelang sehr stark fürs Windsurfen. Das war, wenn ich mich recht erinnere, so Anfang der 70er Jahre. Genau. Also 1972, 1973. Genau. Ich habe dann meine VDWS-Prüfung gemacht als Windsurflehrer. Der VDWS war ja damals ein reiner Windsurflehrerverband mit Windsurfschulen. Und dann hatte ein Lehrer von dir, der Carsten Kemmer, der mit dir gearbeitet hat, gesagt, ihr müsst unbedingt mal hierher und eure Lehrgänge hier machen, weil das ist ein absolut tolles Revier für alles. Und dann haben sie mich von der Geschäftsstelle hierher geschickt als Ausbilder. Ich habe hier den ersten Windsurflehrgang in der Bucht gemacht damals. Das war 1989. Und habe mir das angeschaut und gesagt, ja, der hat recht. Das ist perfekt hier. Die Schule, die Location, alles wunderbar. Also, lass uns das weiterdenken in Richtung Segeln, weil es gab ja dann auch die Anfrage von verschiedenen Segelschulen beziehungsweise von Clubs, von den Ferienclubs, die sagten, ihr müsst unbedingt was mit Katzsegel machen. Naja, und dann haben wir dich angesprochen und dann sagt, ja, warum nicht? Dann machen wir hier Katzsegel. Das hat sich ja gerade hier am Strand angeboten. Die Anfänge unserer Segelaktivitäten waren ja im hiesigen Jagdclub, im königlichen Jagdclub, muss man dazu sagen, Club Naudico hier in Porte Poienza. Dann wurde der Hafen umgebaut. Für uns war das dann sehr beengt. Also sind wir hier an den neuen Strand gegangen. Und damit hat man natürlich alle Möglichkeiten. Also nicht nur den Steg mit den dortigen Jollen und kleineren Kielbötchen, sondern eben der Strand, wo man sowohl das Surfen als auch dann natürlich das Katzsegel ideal starten konnte. Genau. Das haben wir dann auch versucht. Also wir haben dann ein Meeting eingerichtet, ausgetragen, ein Jahr später nach meinem Windsor-Flehrgang. Haben die Katz-Hersteller angesprochen. Habt ihr Lust? Und die war natürlich sofort, oh, 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 da gibt es ein neues Geschäft. Die sind dann gekommen. John Dinsdell mit Hobbykat, Bernd Breimann mit Topkat und Start mit Günther Maas. Die haben dann ihre ganze Flotte hier runter geschafft und wir haben unsere Schulbesitzer hierher geschafft. Das heißt, es war hier ein Meeting mit 30, 40 Personen und haben uns mit diesem neuen Boot, für uns neues Schiff, beschäftigt. Wie funktioniert das? Was ist oben? Was ist unten? Wie geht man damit um? Und haben dann abends bei Tollos hier in der Bar, die gibt es ja heute noch, dann zusammengesessen in einem legendären Meeting, um dann darüber nachzudenken und auch zu beschließen, letztendlich, wie geht es weiter. Und wir hatten dann den Auftrag von den Mitgliedern, die da waren, zu sagen, VWs, kümmert euch. Wir wollen jetzt auch alle Katzschulen werden. Na ja, wie gesagt, dann wurde der Frank Elstner auf die Bucht aufmerksam und sagt, hey, das wäre doch eine tolle Geschichte, wenn wir zusammen was machen. Ein Leute aus Deutschland für einen Tag einfliegen und der Surfbretthersteller Ostermann kam mit einem riesen Lastwagen, ich weiß nicht, 200 Surfbretter brachte der hierher. Die wurden morgens aufgebaut, die Leute kamen vom Flughafen direkt, stiegen auf das Surfboard, haben wir hier in der Bucht von Prienza Regatta gesegelt. Nachmittags eine super Party und abends ging es wieder zurück nach Deutschland. Also wenn man sich das vorstellt, das war unglaublich. Und so ging das auch mit dem Segeln und dem Katzsegeln vor allen Dingen hier. Die Leute standen, kann man wirklich sagen, Schlange, um hier das richtig laufen lassen zu können. Naja, und wir hatten ja dann dieses Meeting hier, wo der VWs-Vorstand den Auftrag hatte, kümmert euch, macht da was. Und zeitgleich in dieser Phase war der Klaus Enzmann, das ist ja der Konstrukteur und Entwickler von dem PopCut-Katamaran, der war Pionier auch in der Ausbildung und hatte schon ein Ausbildungskonzept mit einem Ausbildungsordner, mit einem Heft für die Gäste, einen Grundschein kreiert. Das war sein Baby. Obwohl er Bayer war, war er sehr preußisch angehaut, muss ich dazu sagen. Oh, sehr preußisch. Also der hörte sich alles an, aber letztendlich galt seine Meinung. Da war noch Ordnung in der Sache drin. Da gab es kein Vertun und wir waren immer im Gespräch. Ein, zwei, drei Gespräche, es ging nicht vorwärts, weil zum Schluss war immer wieder seine Meinung. Und das ist natürlich beim Verband schwierig, weil wir ja so versuchen, demokratisch irgendwie miteinander das Ganze voranzutreiben. Letztendlich haben uns die Vorstandskollegen gesagt, zu mir und ein, zwei Kollegen, wir wissen, dass der Enzmann jetzt gerade auf den Malediven ist, fliegt da hin, das war im Dezember, fliegt da hin und versucht mit ihm einen Deal zu machen. Dann sind wir da auf den Malediven und wir waren alles Windsurfer in seinen Augen, hatten vom Segeln keine Ahnung, obwohl zum Beispiel der Rollo Beckmann Olympiakater Segler war auf dem Tornado. Ja, und dann wurden wir da von Klaus Enzmann quasi geprüft. Ich musste dann mit ihm auf dem Katamaran zwischen den Inseln hinherfahren, um dann den Ritterschlag zu bekommen, ja, der Kanz. Und dann haben wir über die Übernahme seines Konzeptes diskutiert, haben dann in meinen, ja, so einen kleinen Beitrag eben finanzieller Art rübergeschoben und die Möglichkeit gehabt, diese Materialien, die er hatte, zu übernehmen und auf unser System anzupassen. Ja, so nahm die Sache ihren Lauf und wenn man jetzt zurückblickt, unglaublich erfolgreich. Wir hatten dann 1991 wieder hier den richtigen Ausbildungslehrgang, den ersten, mit vielen, also auch wieder mit drei Herstellern, die da waren, mit ihrem Material, mit ihren Regatta-Fahren. Haben dann im Vorfeld lange diskutiert, was ist der richtige Weg, was ist die richtige Methodik, die Handgriffe bei der Wende, bei der Halse, was kommt zuerst, so weiter. Also es war kompliziert. Und haben den Lehrgang aber souverän durchgeführt, allerdings haben sich da so einige Punkte herauskristallisiert, die unbedingt gelöst werden mussten. Das eine war, dass wir zur Prüfung eben einen Prüfungsparkour gelegt haben, der die halbe Bucht einnahm und an jedem Punkt war ja ein Prüfer. Das heißt, wir hatten sechs Prüfer da im Einsatz und das war ja für die Zukunft nicht machbar. Für die normalen Lehrgänge mussten wir also was anderes finden. Und ich bin dann am Ende des Lehrgangs im Bistro gesessen, abends. Also im Clubhaus. Im Clubhaus. Und habe dann überlegt und überlegt und dann fing es an zu rattern. Dann habe ich mir einen Bierdeckel geben lassen und habe dann einen Parcours aufgemalt und dann hat es nicht gepasst, einen zweiten Bierdeckel. Das ist dann der Bier-Parcours. So ist ja in die Geschichte eingegangen. Genau. Und der Kern war, dass wir draußen vier Boeing gelegt haben, in der Mitte ein Motorboot. Da konnte dann der Prüfer drin sitzen und dann mussten die in diesem Parcours alles abfahren. Und der Parcours hielt, dieser Bier-Parcours hielt bis 30 Jahre lang. Ja. Also hat gepasst. Hat gepasst. Super. Und das nächste Problem war, weil die ja dann gesagt haben, naja, das waren ja alles Windsurfer. Windsurfer-Schule. Ein Windsurfer-Kurs, eine Schule, da ist ein Lehrer, fünf, sechs Leute auf dem Wasser. Kunden, Surfbretter, ist alles günstig und so weiter. Beim Segeln ein Boot, ein Ausbilder, ein Schüler, wie soll das, wie rechnet sich das? Der soll das bezahlen? Nein, geht nicht. Also wir mussten eigentlich dann das Produkt massenkompatibel machen, massentaugig. Wie geht es? Und Entsmann sagte, das geht nicht. Und alle sagten, naja, das ist ein Sicherheitsproblem. Das sind ja Raketen, was ihr da habt mit viel Wind, das geht gar nicht. Also mussten wir ein System erfinden, dass wir die Schüler, also Einsteiger auf dem Katamaran unterrichten können. Dass die rausfahren können, aber nicht so eine Never Come Back Tour, sondern dass die irgendwann draußen auch wenden können und zurückkommen. Und in diesen ganzen Gesprächen... Naja, bei manchen Schülern... Das ist kein Verlust. Das war ja kein Verlust gewesen. Kann man so sehen. Richtig. Aber die haben ja alle bezahlt und hatten gewisse Ansprüche. Also von daher haben wir dann versucht, dass die dann auch tatsächlich alle zurückkommen. Und haben dann in diesen ganzen Diskussionen, ist mir aufgefallen, dass da die Regattasegler immer von gesprochen haben, dass die auf engstem Raum manövrieren und aus dem Stand das Boot drehen. Und dann hatte ich auch noch mal so ein Geistesblitz, da gesagt, eine Wende aus dem Stand. Also, Kat beidrehen, Fock nach Luf, Großsegel auf, Ruderlage, Boot zum Stillwärmen, Stand bringen. Dann die Großschutz, langsam dicht machen, dicht, 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 dicht. Und dann dreht das Boot durch den Wind und man kann zum Strand zurücksegen. Sag mal, verrat nicht alles jetzt hier, sonst kommt keiner mehr zum Radleergang. Die könnten das ja schon alles, wenn die dich jetzt so hören hier. Ja, ja gut. Es muss halt auch erstmal trainiert werden. Und das war dann so... Da hast du natürlich recht. Es war natürlich so, dass dann vier Boote am Strand, also für Einsteigerkurse, vier Boote am Strand aufgebaut wurden, zum Wind ausgerichtet. Und dann war so ein Trockentraining. Fockdicht, Großdicht, Großauf, Fockauf, Ruderlage. So ein Drilltraining. Und dann hat man die aufs Wasser geschickt und hat funktioniert. Ja, super. Und so wurde das Produkt Katamaransegel in den Surfschulen, dann später in den Segelschulen massentauglich. Und die Erfolgsgeschichte ging weiter. Ihr habt ja jetzt auch wahnsinnig aufgerüstet. Wie viele Katamaraner habt ihr hier? Ja, ich glaube es sind zehn Katamaraner, allein Katamaraner, ohne die anderen Schiffe. Also insgesamt haben wir ja, ich glaube, 60 Schiffe hier. Und die verschiedensten Könnerstufen, also da kann sich jeder nachherstenslos austoben, ob er jetzt auch gemütlicher segeln möchte auf einer Kieljacht. Da haben wir ja hier die kleine Skandi sogar im Hintergrund liegen, so für kleine Tagestouren. Oder die Anfängerschiffe im Hintergrund, die sind schon legendär, die Galionen. Und auch in Deutschland hat man dann die Schiffe hier aus Poienza dann nach Deutschland gebracht und bei einigen Segelschulen eingeführt. Also, und dann die schnellen Gleitjorden. Und heute ist natürlich das Genacker-Segeln, früher war der Spinnacker dieses baurige Segel. Und heute Genacker-Segeln, das ist eine Kombination zwischen Genua, ein großes Vorsegel, und dann ein Spinnacker, sozusagen dieser Bauch und mit achteligem Wind und Raum im Wind. Da geht dann die Post richtig ab. Also, da hat sich eine Menge getan, so an Entwicklung. Im Segel, wie auch im Surf-Sport, und wenn man heute das Fäulen so anguckt, was da abgeht, ist natürlich sensationell. Aber es gab natürlich an dieser Entwicklung, wir hatten ja jahrelang, oder eigentlich jedes Jahr hier, unsere Lehrgänge mit 20, 25 Lehrgangsteilnehmern. Und das lief nicht immer glatt ab. Also, ich kann mich an ein Jahr im Frühjahr erinnern, im März. Da hattest du ganz neue Boote hier, Katamarane, von der Hobbywerft bekommen. Ja, die wurden ja alle zwei Jahre ausgetauscht. Und da lagen zehn neue Schiffe am Strand. Wir hatten unseren Lehrgang, haben Mittagspause gehabt, saßen bei Tolos, haben was gegessen, getrunken. Und dann kam hier über den Berg rüber eine Sturmwalze. Urplötzlich. Zuerst flogen die Stühle und Tische von Poyenza an uns vorbei. Wow. Dann die Kisten hier, erst in die Luft, auf der Luftseite, erst in die Luft und dann eben nach Lee, auch an uns vorbei. Und dann haben sich die Katamarane auf den Weg gemacht, Richtung Alkudia, sind die geflogen. Und ja, ein Teilnehmer hat noch versucht zu retten, aber das war natürlich irrsinnig. Und ich hatte dann abends die Aufgabe, dich anzurufen. Du warst in Deutschland und hab gesagt, du Gottfried, wir haben eine gute, eine schlechte Nachricht. Die gute ist, wir leben noch alle, aber vier Masten sind kaputt. Und deine Antwort war, oh, das ist aber schade. Naja, von der Sache im Laufe der 50 Jahre, auf die ich jetzt hier in Poyenza zurückblicken kann, muss ich sagen, gab es einige Storys, die man erzählen könnte. Passiert halt im Wassersport, muss er aufpassen, Wetter gut beurteilen, aber manchmal kommt es schneller, als man denkt. Naja, wobei man sagen muss, dass speziell diese Bucht natürlich so ideal ist, auch gerade für die Einsteiger, weil der innere Teil ist unheimlich gut geschützt. Selbst bei stärkstem Wind normalerweise, gibt es natürlich schon mal Extreme, aber normalerweise kündigt sich das an, vor allen Dingen in der Zwischenzeit, wo man die Bucht kennt, weiß man das entsprechend zu interpretieren. Ja, und das ganz Tolle ist, sobald man ein bisschen um die Ecke fährt, hat man den noch stärkeren Wind, die schöne Welle und für die Profis, die können sich da richtig ausdrucken. Ja, absolut. So, das und das ist das Tolle hier, dass man eben nicht nur Schüler hat, die in den Sport einsteigen, sowohl beim Surfen, Kiten und Segeln, sondern viele, die einfach hierher kommen, weil sie sagen, hier habe ich ein super Revier. Das geht ja gar nicht besser, zu Hause ein eigenes Schiff haben, aber mal richtig Gas geben wollen. Das ist schon toll. Das hat sich ja auch rumgesprochen. Das hat sich ja auch, bei euch war das ein Grund, damit ihr hierher gekommen seid. Und das ist ja auch der Ruf, den ihr habt, nicht nur ein tolles Revier zu haben, sondern auch vom ganzen Unterrichtsstil, mit allem drum dran, innovativ zu sein, entspannt, locker, relaxed, also so ein bisschen das Strandfeeling und modernes Material und immer wieder neues Material und deswegen bin ich mir auch sicher, dass es da weitergeht. Im Moment redet ja alles vom Feulen, das ist auf den Kiteboards und Windsurf und Wingboards ja fast schon Usus. Und beim Segeln ist es zum Teil noch etwas komplizierter, aber es gibt schon erste Ansätze von den Herstellern für Boote, so Nachrüstsatz zum Beispiel zur Verfügung zu stellen oder andere Volkboote. Und ich bin mir sicher, das wird für euch auch so eine Chance sein, weil die Leute wissen, ihr seid innovativ und in ein, zwei, drei Jahren, wenn es dann auch einigermaßen finanzierbar ist, kann es gut sein, dass ja die Boote übers Wasser fliegen. Das sieht man ja jetzt schon teilweise und ich meine, selbst wer noch nie was mit Wassersport zu tun hatte, bestimmt hat er die Aufnahmen von dem Boris Herrmann gesehen, wo es rund um die Weltträger da ging und selbst die großen Schiffe aus dem Wasser kommen und über das Wasser fliegen. Also sensationell hätte man früher nicht im Traum für möglich gehalten, also ist schon toll. Stell dir vor, da kommen Leute, die fortgeschrittene Segler sind, Katamaransegler und die haben jetzt die Chance, tatsächlich mal fäulen zu können. Die können dann mit kurzer Einweisung, Anleitung und können dann vergleichsweise sicher da rausgehen und tatsächlich mal abheben und das Fluggefühl hat. Das gibt euch einen neuen Schub. Das ist natürlich gerade in der inneren Bucht erstmal zum Starten ideal, weil man relativ flaches Wasser hat, aber guten Wind. Und dann, wenn man sich steigern will, raus und in die Welle gehen. Wahnsinn, das ist toll. Also ich bin sicher, dass es... Also da möchte man selbst noch mal ein bisschen jünger sein. Ja, ja. Nicht nur deswegen. Nee, es ist toll. Also deswegen sehe ich die Zukunft für euch boldig. Also das ist mit Rahmenbedingungen so perfekt. Guck mal, kannst du auch jetzt schauen, die ganze Bucht du... Gar nicht befahren. Nee. Man hat die Bucht für sich. Das ist sensationell, ja. Dass die Sache nach wie vor mit Leben erfüllt ist, gerade was Segeln und Surfen anbetrifft, das zeigen ja auch immer wieder die Lehrgänge vom VDWS, die hier abgehalten werden. Auch in dem Frühjahr wieder, wo man seinen Trainerschein, seinen Instruktor, eine Lizenz bekommen kann. Das ist ja auch ein großer Erfolg, das VDWS glaube ich, dass das ein Verband ist, der immer bestrebt ist, aktuell zu sein und auch den Trainern vor allen Dingen begreiflich zu machen, sondern ihr müsst euren Schülern Spaß an den Sport bringen. Und das auf immer aktuellem Material natürlich. Ja, das sind jetzt 34 Jahre, dass wir hier Lehrgänge machen. Vom ersten Lehrgang angefangen bis heute. Ja, was hat sich da geändert? Wir haben ja dieses Jahr einen Trainerlehrgang gehabt, wieder für die Sägelehrer hier auch von der Schule, die sich da weitergebildet haben. Und im VDWS selbst gibt es natürlich auch Entwicklungen in der Ausbildung. Wir stellen jetzt zunehmend um auf digitale Lernsysteme. Wir hatten ja immer diesen dicken Fettorenordner mit 250 Seiten gedruckt. Den drücken wir dann immer so unterm Arm. Und das ist natürlich schwierig für Leute, die sich anmelden auf den Malediven, in der Türkei, Ägypten. Also im wahrsten Sinne des Wortes schwere Lektüren. Absolut schwere Lektüren. Und da gab es dann auch Passagen drin, die habe auch ich nicht verstanden. Was? Weil die Chefmethodiker sich dann zu Formulierungen versteift haben. Verkünstelt haben. Und das sollte ja dann auch noch übersetzt werden ins Englische. Also wir hatten Leute, die standen hoffnungslos davor und sagten, ich weiß nicht, was er uns sagen will. Gut. Aber wir haben es dann weiterentwickelt. Erst vom Print zum PDF. Und dann im nächsten Step sind wir jetzt seit drei Jahren dabei, Lernprogramme zu haben. Plattformen mit Videos, mit Fragebögen, wo die informiert werden, aber gleichzeitig auch so im Vorfeld vom Lehrgang sich vorbereiten können. Und nachher genau sehen, aha, das habe ich richtig beantwortet, das habe ich falsch beantwortet. Da muss ich nochmal arbeiten. Also für den, der im Wassersport sich ein bisschen weiterentwickeln will und auch Lust hat. Und das ist ja, du, was gibt es Schöneres, als im Wassersport aktiv zu sein und das auch anderen beibringen. Und das ist auch für denjenigen eben erlernbar, einfacher erlernbar. Genau. Und hinzu kommt natürlich die Herausforderung für den Verband und das finde ich toll, was da der Verband geschaffen hat, dass er nicht nur auf deutschsprachigem Gebiet aktiv ist, sondern in England, in Spanien, in Italien natürlich auch ganz stark und natürlich auch Übersee, wo es viele Stationen, VDW-Stationen gibt. Das ist schon eine tolle Geschichte, die er da aufgebaut hat. Also wir haben momentan 540 Schulen in 33 Ländern. Oh, mal schauen, ja. 4.500 Mitglieder, also von Malediven bis rüber Karibik sind wir überall vertreten. Und das ist alles von freiwilliger Basis, es zwingt niemanden, das System anzunehmen. Also von daher zeigt es ja, und wir sind ja auch mitgegangen mit der Entwicklung, angefangen mit Windsurfen, dann Katzegeln, dann Jollenzegeln, dann kam das Kitesurfen, dann kam das Stand-up-Paddeln, jetzt vor drei Jahren das Wingsurfen und Wingsurfen dazu. All diese Dinge, die dann von den Mitgliedern gewünscht werden, also das entscheidet letztendlich nicht der Vorstand, sondern sind die Umsetzung der Wünsche der Mitgliedschaft, das machen wir dann auch. Wir haben dann auch mal so Anfragen gehabt, so zum Snow-Kiten, haben wir auch versucht, vorsichtig mal was zu machen. Dann ist der Schnee ausgeblieben und dann ist es auch wieder eingeschlafen. Aber das Gute ist, dass wir noch Wasser genug haben. Ja, ja genau, das ist sauberes Wasser vor allen Dingen hier, also wir sind ja gestern Segel gewesen hier mit dir und in einer Bucht gewesen mit karibischem Wasser, ein Traum, also das ist wirklich herrlich hier. Ja, also dass der Verband Erfolg gehabt hat, sieht man ja auch, wenn man auf die Bootserstellung geht, da ist der Verband immer groß vertreten und dann weltweit, jeder kennt, der im Wassersport ein bisschen was zu tun hat, VDWS. Und nach dem, was du alles so aufgezählt hast, was in den letzten Jahren dazugekommen ist, muss ich sagen, da fällt es einem schon schwer zu akzeptieren, dass man älter ist. Man möchte noch mal jung sein, um da richtig mitmachen zu können. Stimmt. Okay. Aber wir hatten unsere Zeit gehabt. Aber wir haben unsere Zeit gehabt und hatten viel Spaß, oder? Ja, und vor allem, wenn ich jetzt die Jungen hier sehe, die nächste oder übernächste Generation, das freut mich dermaßen, wie die engagiert sind, wie die sich damit beschäftigen, so wie wir vor 30, 40 Jahren auch beschäftigt haben, im Detail versuchen, was rauszuklamüsern und überlegen und machen. Und wie war das oder wie geht das? Das ist ja das Gleiche, wie wir es gemacht haben damals. Und es zeigt, es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Der Wassersport als solcher ist so faszinierend. Es ist wirklich eine Chance auch für jeden, also auch für jeden Infakter, der so etwas mal für ein paar Jahre macht. Das ist ein Lernprozess für das gesamte Leben. Mit Menschen umzugehen, ganz verschiedenen Menschen. Da kannst du wirklich nur jedem empfehlen. Das ist wirklich auch ein ganz entscheidender Punkt. Ich habe es ja auch in der Saison erlebt, wo wir wieder einige neue Assistenten hier bei uns in der Schule hatten, mit welcher Begeisterung die dabei sind und dann gelernt haben, mit Menschen umzugehen. Menschen, was mit Freude zu vermitteln. Das war faszinierend, das alles zu beobachten. Und das bringt natürlich gerade den jungen Menschen auch im normalen beruflichen Leben unheimlich weit. Absolut. Also insofern kann man eigentlich nur jedem, der am Wassersport interessiert ist, kann man eigentlich nur sagen, Mensch, Opfer mal, oder gönn dir mal, das wäre eigentlich besser gesagt, gönn dir mal, so ein paar Monate oder ein paar Wochen mindestens in der Saison, so bei einer Wassersportschule. Mach mit. Das ist auch das Feedback, was wir immer wieder hören, dass die selbst überrascht sind, was sie so mitbekommen und gelernt haben hier und was dann ihre potenziellen neuen Arbeitgeber ganz verwundert feststellen. Das war keine verlorene Zeit, sondern ein Gewinn, dass die da am Strand gearbeitet haben. Und Arbeitsplätze gibt es genügend, freie Ställe gibt es genügend, vor allem in so einer Landschaft weltweit. Also was will man mehr? Man kann Geld verdienen dabei. Und seinen Sport noch ein bisschen. Ja, perfekt. Also muss ich auch sagen, hätte es die Möglichkeiten früher in dem Sinne gegeben, wäre ich wahrscheinlich noch früher dazu gekommen. Und wir haben den Vorteil jetzt, auch wenn wir älter sind und manches vielleicht nicht mehr selbst machen können, aber wir können auch wirklich lange, lange Jahre, 50 sind es bei beiden ungefähr, können wir zurückblicken und hatten unseren Spaß. Und hoffentlich noch ein bisschen weiter. Genau, so ist es, absolut. Du hast von Galionsspuren, heißen die nicht Galieren? Ja, manche meinen, du, eigentlich erinnert mich das an die Piratenfilme mit den Galieren, ne? Es fehlen nur die Eisenkugeln da an den Beinen, weißt du? Okay, dann habe ich doch was verwechselt, klar. Ja, ja, und Prost, Herr Mann! Das müssen wir jetzt auch machen. Scheiße. Beim zweiten Kapitel folgt gleich. In der Vorstandssitzung war das auch schön. Er hatte dann eine riesige Getränkeabarbeitungsliste an die Kollegen. Keine Vorstandssitzung unter sein Handy mindestens einmal. Ich lache mich, ich lache mich. Okay, jetzt bin ich gewarnt. Und ich habe dazugelernt, Kamera läuft noch. Wir hatten dann den ersten Lehrgang hier, also Ausbildungslehrgang. Auch wieder riesen Gedöns am Strand. Und ab und zu mal in die Kamera gucken. Ab, Lehrgang nochmal. Toll, toll! Wollt ihr noch ein Take machen zu VDWS und Sail & Surf heute? Was jetzt so in den, die allerletzten Sachen waren, zum Beispiel, dass wir im März ja noch den Trainerlehrgang bei euch hatten. Also so irgendwie die letzten... Das war aber im letzten Jahr, oder? Nee, dieses Jahr. Nee, dieses Jahr habe ich Trainerschein gemacht. Echt, ja? Auch auf den Cut. Wo war ich denn da? Bei 35 Knoten und viel gekennter. Also wir haben alle unseren Schein bekommen, aber viel geschwommen sind wir. Ja, habe ich echt nicht mitgekommen. So, könntet ihr noch einmal... Selbst noch? Genau. Das hätte man noch dazutagen. Das wäre gut gewesen. So, jetzt bist du dran. Auf geht's.